Hallo und willkommen zu diesem Video, mein Name ist Nico. Ja, servus und grüß dich hier zur dritten Episode von Nico Search. Wenn du die beiden ersten Folgen verpasst hast, schau gerne nochmal hier oben. Ich verlinke dir da die Playlist und ja, schau es dir gerne nochmal an. Wenn du neu hier auf dem Kanal bist, drück auf Abonnieren und aktiviere auch die Glocke, damit du nichts mehr verpasst. So, wir starten mit dem Content, es geht direkt rein hier. Heute mal ein etwas kürzeres Video, nimm dir hier einfach kurz die paar Minuten Zeit, schau es bis zum Ende an. Wir haben hier heute Redbubble und wollen über Redbubble wieder Ideen generieren und ja, einfach mal ein paar Inspirationen hier suchen. Und hier gehe ich auf die Kategorie Clothing und dann auf T-Shirts. Ihr seht, ich habe hier schon das Ganze vorbereitet und dann sehen wir hier auch schon die ganzen Topseller, Bestseller. Und ja, hier steht es auch Bestselling T-Shirts und dann wird das hier auch nochmal untergliedert, direkt in Nischen. Das ist auch ziemlich cool. Also ihr seht es schon mal, Music, Band, Movies, Superhero, Sports, Games und so weiter und so fort. Könnten wir jetzt hier nochmal weitergehen. Patterns. Also was man dazu sagen muss, bei Redbubble, das ist alles sehr künstlerisch gehalten. Ihr seht es hier auch schon. Also das ist schon richtig krass von der Designqualität. Bei Merge ist es ja ganz anders. Also da sind ganz andere Shirts, meistens einfache Grafik mit Text. Hier sind eher so Grafikelemente, sage ich mal. Ja, oder hier sowas Lustiges, sage ich mal. Dann wollen wir doch mal gucken, was springt uns hier ins Auge. Welche Nischen vor allem. Hier Fuchs auf jeden Fall schon mal interessant. Dann haben wir hier aber auch schon direkt Sprüche. Also ihr seht öfter auch mal so einfache Sachen. Hang on, let me overthink this. Sehr, sehr cool. Das finde ich jetzt schon mal sehr interessant. Und dann natürlich immer gucken, gibt es diesen Spruch schon oder ist er geschützt. Das Tool, das ich hierfür nutze, ist Flying Research. Hier haben wir diesen Trademark Check. Und da gebe ich den Spruch doch mal ein, um mal zu gucken, ob das Ganze geschützt ist. Hang on, let me overthink this. So, das gebe ich hier ein. Hang on, let me overthink this. Okay, und kein Rekord gefunden, also kein Eintrag. Und dann könnt ihr im Grunde schon mal schauen, wenn der Spruch nicht geschützt ist, könnt ihr es hier eingeben. Und dann im Grunde dann loslegen und schauen, wie viel Treffer es gibt. So, wir gehen aber nochmal zurück hier jetzt zu Redbubble, um einfach nochmal weiter hier zu gucken. Auf jeden Fall sehr interessant, was hier alles so gemacht wird. Also, so irgendwelche Seetiere, Meerestiere. Das sehe ich ganz, ganz oft. Dieses Rahmen, also diese japanischen Nudeln mit dieser Welle. Diese Vaporwave. Oder hier, sorry I'm late, I didn't want to come. Auch sehr, sehr cool, der Spruch. Okay, I post my game to be here. Das kennt man. Aber ihr seht, die unterschiedlichsten Nischen, die lustigsten Sprüche hier auch. Und ja, einfach richtig cool. Also, bei den Bestsellern könnt ihr natürlich gucken. Was ich aber gerne mache, ist folgendes. Und zwar, hier gibt es noch das Dropdown-Menü. Und hier sehe ich folgendes. Trending. Das Trending wähle ich jetzt mal aus. Und dann kommen quasi Shirts, die jetzt beliebt sind, sage ich mal. Also, die wirklich im Trend sind. Hier haben wir auch gleichzeitig den Spruch von eben nochmal mit dabei. Also, könnt ihr gerne mal gucken, ob euch da eine coole Idee einfällt, wie man das nicht eins zu eins kopieren soll. Also, hier auch die Warnung und der Hinweis, das Video soll nicht irgendwie animieren, das eins zu eins nachzumachen und irgendwie Copycat-mäßig unterwegs zu sein, sondern einfach Ideen finden und dann immer auf die eigene Art und Weise umsetzen. So, hier auch sehr, sehr lustig, aber das würde ich jetzt nicht machen, weil das ist, glaube ich, aus einer Kinderserie, diese Pinguin. Hier aber den Dog-Tor, den hatten wir bei der letzten Folge schon mal bei Ebay gefunden, auch interessant. So, schauen wir nochmal ein bisschen weiter. Flat Mars Society, auch witzig. Das ist so ein typisches Print-on-Demand-Shirt. I never dreamed I'd end up und so weiter. Also, Mother-in-Law, auch eine coole Nische, die können wir uns auch mal merken, ja, und da mal weiter reingehen. Aber ihr seht schon, bei diesem Trending ist es richtig cool, können wir richtig viel mitnehmen und richtig coole Ideen hier erkennen. So. In my defense I was left unsupervised. Auch nicht schlecht, der Spruch, der gefällt mir gut. In my defense I was left unsupervised. Okay. Also könnt ihr auch mal nachgucken, wie viele Shirts es dazu gibt. Dann hier dieses Dungeon, dieses Tabletop-Nische, auch sehr, sehr cool. Immer wieder das Faultier. Not fast, not furious. Sehr cool. Aber hier auch so ein Sushi-Design, richtig cool gemacht. Das umarmt sich sozusagen selber. Ja, und wenn ihr einen Designer habt, dann kann der das, denke ich, auch recht gut machen. Ja, so ein Sushi-Design habe ich jetzt auch noch nicht so oft gesehen in der Sushi-Nische. Also finde ich cool gemacht, wenn man da noch so einen Spruch außenrum baut, der so ein bisschen in die Richtung, ja, Partner, beste Freundin und so in die Richtung geht. Dann ist es auf jeden Fall ein richtig starkes Design. So. Jo. Das war es auch schon im Grunde. Also guckt wirklich mal hier rein bei Trending, bei den Bestsellern. Schaut euch das mal an. Was ihr auch machen könnt, vielleicht noch so, ja, als letzten Aspekt. Hier ist noch der Reiter Newest. Und ihr seht hier auch schon Newest, also die neuesten Designs. Das können wir uns auch noch mal angucken. So. Was kommt hier neu auf den Markt? Wir seht immer wieder dieses Rahmen. Sehr witzig. Hier so Winterblumen- oder Schneedesigns. Also ihr seht hier auch echt verschiedene andere Kunstwerke sind das ja schon. Und so könnt ihr euch echt sehr, sehr gut inspirieren lassen. Gerade was so Designs angeht. Genau. Hier nochmal ein Spruch. Ja, also ihr seht die verschiedenen Nischen und verschiedene Ideen hier auf Redbubble. Finde ich richtig cool, um Inspirationen zu gewinnen. Also wie schon gesagt, es soll keine Anleitung hier sein, um irgendwas zu kopieren. Schaut euch das wirklich mal an. Geht mal über Redbubble rein. Geht auch mal über Flying Research rein. Da könnt ihr nämlich auch bei Get Inspired PUD, könnt ihr Redbubble auch auswählen. Und das Gleiche, was ich jetzt in dem Video auf Redbubble gemacht habe, könnt ihr dann im Tool direkt machen. Wenn ich jetzt hier Redbubble zum Beispiel auswähle, dann sehe ich hier Newest und Random oder Relevance. Und dann kann ich mir die neuesten Sachen hier bei Redbubble auch anzeigen lassen. Ja, ihr könnt das Tool auch kostenlos testen gerade. Also wirklich coole Sache. Schaut es euch gerne mal an. Und ja, ansonsten sehen wir uns dann in der nächsten Folge, nächste Woche. Und ich wünsche euch eine super Woche. Und liebe Grüße. Macht's gut. Ciao.